Der Krossenkrabbe heute Abend verspricht Unterhaltung vom Bindsgift. Wow, ein volles Haus! Da sind Mom und Dad. Die werden stolz auf mich sein. Hallo, ich bin Mr. Krabs und mir gefällt das Geld. Ich halte mich besser bereit. Also gut Leute, hört zu, hört zu! Stellt euch im Kreis auf. Hopp, hopp! Ihr glaubt jetzt vielleicht, dass ihr wäre eurer Chance für den großen Durchbruch. Aber das stimmt nicht. Es ist meine... Hey!